Hartmut, die machen jetzt einen Abdruck über die Erde. Weiter soweit, Hartmut danken. Willst du dir Bieten ansehen, Hartmut? Alt, hören Sie die Einspülung am Gerät? Alt, hören Sie die Einspülung am Gerät? Alt, hören Sie die Einspülung am Gerät? Vor einigen Jahren verstarb eine gute Freundin. Ich rief sie mit ihrem Namen, Elke Tvorak, und sie antwortete in ihrer Originalstimme, ganz hell, das ist der Hartmut. Mr. Stimmungs und Elke Tvorak, und sie antwortete. Ja, wieder eine Lebensaufgabe. Der Hartmut soll den Alten helfen. Eine Stimme meldet sich mit, ich werde mal den Vorsitz melden. Hartmut, hier ist, und dann, langgezogen, Jürgenson. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier wieder eine Aussage, deren Bedeutung mir nicht ganz klar ist. Warum fragt Hartmut die Kombination der Menschen? Untertitelung des ZDF, 2020 So außen wie innen Hartmut. Die andere Seite erkundigt sich nach Kontaktaufnahme, indem sie fragt, ist der Draht zu uns offen, Hartmut? Ich glaube, das hat die andere Dimension getan. Den Hartmut entdecken Eine Stimme aus der anderen Welt, die ihren Leidensdruck rüberbringt. Hartmut, ich suche nach Hilfe. Die Welt des Diesseits und des Jedseits sind verbunden. Hier sprichst du mit der Welt der Toten, der Herkunft deiner Seele, so lautet die nachfolgende Stimme. Die Welt des Worten auf dem Wegst du mit dem Wegst milliards, sind wir sieh, so die Kinsch Reaktion Muslims auf dem Wegstdeck und die dritte Tauchung. Die Welt der Welt ist jetzt und probente, die Erkunft, die uns übersteht. Die Welt ist hier, so die Kinschrege nach Bargäu und wie sieh. Die Welt ist hier, so die Kinschrege nach Bargäu und wie sieh. Die Welt ist hier, so die Kinschrege nach Bargäu und wie sieh. Vielen Dank.